halli hallo hallo herzlich willkommen zurück zu lara kraft ende tempel auf was sie ist ich bin der onkel und wieder mit am start ist der ja er müsste auf den spiegel schießen aber er träumt mal wieder vor sich ich hab muss nicht aufs spiegel schießen du musst an gehacken machen war das so nett war die ganze zeit zu mir so lange du vor mir stehst kann ich das überschießen das ist der rüber noch springen kann ich jetzt hier rüber gehe ich dachte jetzt wurde zum ausloch ach so ach das könnte schwierig werden sagt sie aber einfach schüttel ach hier musst du denn wieder helfen Okay. Was? 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 Hast du gerade was gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich tritt jedes Mal die falsche Taste, das ist Wahnsinn. Ah, alles klar. Okay, ich muss jetzt beide Spiegel drehen, dann musst du irgendwo schießen. Alle drei Spiegel musst du drehen. Ja, genau. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee, ich werde hier anfangen. So. So. Ne, da komme ich nicht durch, oder? Ne. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ne, ist ja auch Quatsch. Warte mal. Warte mal. Ist da oben auch noch ein Spiegel, warte mal. Ne, da oben ist keiner mehr. Komm. Fang doch mal bitte. Also, warte mal, komm mal her Onkel. So, ich schließe jetzt hier durch. Du drehst den Spiegel jetzt mal so, dass der da oben hingeht. Du drehst den Spiegel jetzt mal so, dass der da oben hingeht. Geht nicht da rüber. Geht nicht. Hm. Warte mal. Das kriegt ja nicht, wie du dadurch schießt. So, dann schieß mal auf. Warte, dann dreh mal den Spiegel. So, dass du auf die Ding zeigt. Und, äh, dann will ich den anderen Spiegel. Na, wohin? Na, da zu dem anderen Spiegel. Und dann? Den anderen Spiegel. Ja, da ist die Flügel oben Richtung Ding. Ja, aber das tut trotzdem noch ein Ding. Ja. Man wartet erst mal so hin. Geht ja an die, wa? Doch, geht. Machen wir noch mal ein Stück. Ne, das tut so nix. Ah, eigentlich hab ich ja nicht gesehen. So, danke. Ich muss hier machen. Ich muss hier machen und du musst das erst mal streuen. Geht nicht. Warte mal, ähm. Alles klar, ich hab's. So, du musst jetzt den Spiegel oben bei mir drehen, statt der in der Mitte zeigt. Dann komm ich aber hier nicht. Dann komm ich hier entweder rüber, aber, äh. Ach wohl, warte mal, doch. Ja. Ja. So, genau. Und den? Na, da. Genau. So. Und den anderen jetzt, äh, zu dem anderen Spiegel. Dann der hochstrahlt. Wetter, 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 Wetter. Ja. Und jetzt den anderen Spiegel. Dann der hochstrahlt. Ich hab das nicht einmal zu dürfen, mein Freund. Ja. Hammersch. Hammersch. Ich brauch ne Weile, bis ich das alles kapiere. Aber wenn ich's habe, dann hab ich's richtig. Wir brauchen wieder deine Kügelchen. Ach so. Weißte Tasten? Wie war die falsche Tasten, Mensch. kommen wir sind so schöne sachen aber wir haben uns noch die ganzen min haben wir alle vergessen ausgeschlösen kopf ich bin da waren da noch so hoch die war genau wie wir freispringen konnten nicht nur hier und ja jedenfalls so aus heute jetzt schon alle macht konnig mir war so dass wenn hier noch ich war okay ach so ja wir würden energie aufladen unser licht hat etwas gestürmt wir müssen vorsichtig sein ok vorne müssen wir hin da gibt es nicht so weiter müssen so dass wir dann da hinten ist ein helm was denn du ich habe mich aufgeladen kannst du hier du musst jetzt kannst du ich könnte mal dinge machen du kannst ja auch runterklettern wie soll ich denn da runterklettern ja wenn ich dich festhält dann kann ich auch runterklettern da ja gefickt eingefiedelt oh geht aber eine coole rüstung die haben mich angespuckt die dreck sau alter ich spiele gerade auf 3d alter irgendwie spuckt mir in die fresse die dreck sau so ich spiele wirklich 3d ja also es gehen echte 3ds aber sieht aber gut aus ok wir müssen hier ähm die dinge muss ich betätigen ach so nicht du bist du geil als das hier bombe die kugel ah alles klar alles klar hier ist ein kopf 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 komm mal hier oder war ich hier noch ein kopf oder was hier oben ne der stark das licht wird sechsmalen zerstört ja ist gut bleib doch da ich hab da extra der schießt durch das dinge durch genau ist es tot ne nur betreff kommt nochmal wieder hier hat nämlich nur so schwankend geguckt die schießt da ist alles da ist alles die schießt überhaupt nicht nicht die schießt die schießt es ist eigentlich nur so Ich muss hinten hin Egal wo ich hin muss Ich bin der Ort, hier schön einfach ablenken Warte hier Aua Ist doch nicht Oh, Alter Oh, was hast du denn da? Das will ja nicht, weil ich so jetzt Oh, die hat sich nicht abgeliefert Stell dich mal hinter den Spiegel, stellst du es da rein zu ziehen Kann ich nicht, dann kriege ich nicht den richtigen Winkel hin Warte mal, ich geh jetzt einfach mal Bist du schon wieder oben in die Ecke, hallo? Was? Okay Okay, jetzt kannst du hier ziehen Und zwar, ja, das reicht schon Ach ne Was machst du denn? Machen wir mal Was machst du denn? Machen wir mal Ich will ja nicht die Felder hier kaputt machen Warum? Weil da steht, wenn wir das hier alles kaputt machen Dann kriegen wir sie halt im Bonus Ist doch nicht Wie ist denn das Ding? Na komm, mach, 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 mach Hä? Ach, weil da noch eins ist Ich muss also von dem aus ausschießen Nein, du musst das andere mal wieder erwischen Du musst dich hinter das Ding stellen Nein, links hinter das Ding Ah Und dann schießt du der Deutsche auf den in den Spiegel da drücken Achso, da musst du den erstmal runternehmen hier Moment, 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 Moment Moment, 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 Moment Moment, Moment, Moment Moment, Moment Moment, Moment, Moment Ja genau, perfekt. Schau, wo du das hast. Alle? Ne, nein, ich, genau. Oh, Scheiße. Alter, stand da irgendwas vom Pfeiler wegespringen. Scheint so, als wenn wir das jetzt haben. Warte mal, hier gehst du aber hoch. Gehst du hier hoch, Onkel? Weiß nicht. Geh mal hier hoch. Komm ich nicht hoch. Okay, dann sieht das noch so aus, als wenn es hoch geht. Jo. Okay. Noch ne Hand. Sehr schön. Oh na klar, Scheiße, geht mir noch. 300 brauche ich noch. Hm. So eine andere Kammer, oder? Eine andere Kammer, ja. Wir können dann halt zwischen den Kammern wechseln, glaube ich irgendwie. später. Guck mal, wir müssen ja auch einen Grund haben, dass wir hier... ... ... das war das. Die Die O-D-Part ich glaube ich auch zeit 0 0 schöne zeit jetzt haben wir so ein bisschen durch das level hier laufen durch dieses anfangs level wo man was man jetzt auf kriegen das ist doch richtig oder level können wir ja noch machen ok du bist hier voll runtergerutscht so wieder hier also das spiel hat eindeutig seine wachsen ja jetzt kommst du weiter weil wir wiederum mehr hat ja entschuldigung hat einen schluck getrunken ihr rennt blöd in euren tod und er wird ein zerreinbar kann jetzt auch jetzt sind noch die figuren bei mir weg hier die vorher angezeigt wohnen dink 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 der kopf hier oben wurde mir auch eine zeichnung wir bringen dir noch eines seiner fragmente osiris was zur hölle keine sorge osiris würde uns niemals etwas tun es gibt etwas das er uns zeigen möchte ich hoffe du hast recht gut dann will ich da rein das licht der sonne zu kontrollieren so brachte er die endlose nacht du willst mir erzählen dieses ding kann die sonne kontrollieren dieses ding kontrolliert weit mehr als die sonne ach so jetzt kann ich draußen dann können wir draußen licht an machen und so einen scheiß sicher ja jetzt habe ich ja auch seine gestellt jetzt kann ich wieder dünnel machen bis auf kärz und schreie ist zurück und bannert die dunkelheit kärle zur pyramide zurück und bis siegekärpchen du kannst nichts böses tun dass wir nicht bereinigen können äh ist es klug einen untoten gott zu provozieren nein nicht zu einem fein aber was sollen wir jetzt machen jetzt sollen wir wieder rausgehen und jetzt ist dann draußen irgendwie ein Feind na komm bim 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 So, Freunde, warte, 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 warte. Das nächste Level gehen wir dann, ja, im nächsten Part, meine lieben Freunde. Achso. Ja, ja, wieder in der Videobeschreibung kommt ihr wieder auf Odins Kanal, Odins Chests. Und sehen wir uns das nächste Mal wieder, bis dahin. Achso, Däumchen, ne, wären Däumchen. Däumchen wären Däumchen. Genau. Und ja, würde ich sagen, tschau. Tschüss.